Hallo, ich heiße Karla und ich bin elf Jahre alt. Das sind meine Hobbys. Ich habe ein Buchregal mit vielen Buchern. Meine Lieblingssofter sind J.K. Rowling, Roald Dahl, David Williams und Jacqueline Wilson. Meine Lieblingssofter sind Witch Wars. Ich mache gerne Gymnastik. Ich mache meinen Hund gerne Tricks. Sit, sitzen, stay, bleiben, bag, bag, betteln. Gut. Ich liebe Katzen und die Straßenkatzen sind freundlich. Ich liebe es in unserem Pool zu spinnen. Meine Schwester und ihr schwimmt gerne unter Wasser. Komm, Elisa. Wir holen auch gerne Steine von Boden des Fuß. Ich mache gerne Farad mit meiner Schwester im Keller. Ich mache gerne Kostüme an und spiele mit meiner Schwester. Komm. 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 Meine Lastes Hobby ist Ballet. Danke, tschüss.